herzlich willkommen zu einem shop wie du wenn ich wieder auf dem kanal gefallen in zukunft auch keine weiteren videos mehr verpassen wollt könnt ihr gerne ein abo lassen außerdem ihr werdet kommt ja nur teilt natürlich gerne das video und schreibt noch gerne weitere video vorstelle in den kommentaren wäre auf jeden fall super nice und ich würde sagen wir schauen sie auch direkt den item shop an und dort haben wir heute mal wieder keinen neuen skins wird sagen wir beginnen einmal wie immer ganz auf der linken seite dort haben wir nämlich diese ganzen no skin skins einmal hier die kältekriegerin dann noch die eisjägerin den hagel sturm skin die schnee schützen dann den kühlkommando skin dann die arctis den arctis assassine skin dann noch den eistalker und dann den schnee schlechter im prinzip alles relativ skins die relativ ähnlich zu den no skins sind also irgendwie nichts wirklich besonderes als nächstes haben wir dann den kryptos gehen und die enigma lackierung dazu dann haben wir als nächstes den power court skin die haben wir mittlerweile auch zwei verschiedene ziele am standard ziel und dann noch den abtrünnungs ziel dazu gibt es dann die anachie hacke als spitzhacke und dann den stage steif gleiter als nächstes haben wir dann noch die experten dann noch den die goldgräber spitzhacke dann den megamoose mode dann habe noch den nachtlicht scannen den insel stimmung im boot und als letztes noch langsames klatschen das war es dann noch schon wieder mit dem shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum next video ciao